Hi und willkommen zurück. Wir sollten Lilli in den Hintergarten folgen und ich glaube, das machen wir auch, da wir eh keine andere Möglichkeit haben. Also auf zum Hintergarten. Auch bei der Gartenarbeit gilt Augen auf. Immer wenn Lilli mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände lassen sich ansehen. Dann erscheint ein Auge auf der rechten Hälfte des Cursors. Klickt mit der rechten Maustaste, um diese Aktion auszulösen. Probiert das doch einmal bei der Komposttonne aus. Ich möchte mir doch erstmal noch andere Sachen angucken. Oh, Edna. Edna war Lillis beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilli aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Oh, das ist aber nicht nett. Können wir mit dir schon reden? Hey, Lilli. Hast du dich endlich vom blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Äh, äh. Moah. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. So, Schatzsuche, Aufgabe der Oberen und die Oberen. Wir fragen erstmal nach der Schatzsuche. Ähm, du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Juhu. Okay, Aufgaben der Oberen. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberen machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Das wird ja immer schlimmer. Ähm, das Beetumkram. Ähm, warte mal, Lilli. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberen genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Und wo finden wir eine Schaufel? Ähm, die Schaufel, Lilli. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ähm. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Äh, äh. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Das wird ja immer komplizierter. Oberste Priorität hätte eigentlich das Tutorial. Ähm. Oh nein. Das kann warten. Ähm. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammen zu bekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Schatz herbeibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Und wo bekommen wir Marmeladenersatz hier? Hast du vielleicht eine Idee, Edna? Ähm. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Okay. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und die Oberin. Erzähl uns mal was zu ihr. Äh. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mumps rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Okay. Okay, genau das werden wir probieren. Und ich würde mal sagen, die können wir uns nicht angucken. Oh, eine Reifenschaukel. Aber nein. Erstmal die Komposttonne. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Es gibt viele Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechendes Symbol in der linken Hälfte des Kausers angezeigt. Ihr könnt Lilly zum Beispiel vorschlagen, die Reifenschaukel zu benutzen. Ob das allerdings so eine gute Idee ist? Die sieht doch prima aus. Probieren wir das doch gleich mal. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Nein. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Nein. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Na, das ist ja noch einmal gut gegangen. Neben der Hand, die für benutzen, aber auch für nehmen oder essen, trinken steht, gibt es auch eine Sprechblase für reden. Der Computer wählt das passende Icon von alleine aus. So ist jederzeit gewährleistet, dass Lilly weder in ein Hornissen-Nest greift, noch Reißzwecken ist. Wo ihr schon mal hier seid, redet doch kurz mit Lillys Freundin Edna. Die freut sich's sicher. Das haben wir doch schon gemacht. Na, machen wir's halt nochmal. Hey, Lilly, was gibt's Neues? Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Sie werden als Symbole im unteren Bildschirmbereich dargestellt. Was die Symbole bedeuten, wird angezeigt, sobald ihr euch mit der Maus über dem entsprechenden Gesprächsthema befindet. Mit dem roten X lässt sich ein Dialog jederzeit beenden. Will zunächst das Thema Aufgaben der Oberen. Aber, aber, das hatten wir doch schon alles. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberen machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bims Stein abbreiten. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Lilly kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre zwei neuen Aufträge reden. Ihr könnt aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem X, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Agna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Viel Spaß beim Spiel. Vielen Dank und bye bye. So, das hätten wir geschafft. Was machen wir denn jetzt? Ich bin dafür, dass wir schaukeln gehen. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifel-Schaukel spielen. Nein. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Nein. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Och Mann, das sieht doch so gemütlich aus. Hier haben wir noch die Termiten. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Ich weiß es auch nicht. Na, Kompostonne ist auch nichts. Mit Edna brauchen wir auch nicht mehr zu reden. So, hier. Wo ist das? Hallo? Inventar? Ach, da. Okay, hier ist ein Gartenschlauch. Können wir die nehmen? Und nun? Hm. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Ach so. Dann probieren wir mal das Kellerfenster. Hm, was haben wir denn hier? Ja, ein Pinsel. Da lag ein Pinsel auf dem Regal direkt unter dem Fenster. Lilly musste nur die Hand ausstrecken. Dann machen wir das mal. Und jetzt haben wir einen Pinsel. Einen Presslufthammer. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Kommen wir da auch ran? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Och Mann. Was haben wir denn hier noch? Ey, da ist die Schaufel. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Aber von hier aus würde sie sie nie erreichen. Ein Ofen. Den haben wir wahrscheinlich auch nicht aufmachen können. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Ja. Das ist ein Problem allerdings. So. Die Kellertür kriegen wir auch nicht auf. Ein Busch. Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Uh. Lilly war gespannt. Wohin der Schlauch wohl führte? Was für eine Überraschung. Der Schlauch führte zu einem... Ding. Eine Pumpe. Lilly! Schalte das sofort ab! Okay. Da kriegen wir anscheinend Ärger. Aber vielleicht mal den Gartenschlauch. Daher ranmachen. So. Und bevor ich das anmache, würde ich mal sagen, gehen wir weiter zum Brunnen. Hier haben wir den Freeman von Half-Life. Ein Bienennest, den Gartenschlauch, eine Bank. Ab ins Kloster. Okay. Viele neue Möglichkeiten. Und ich würde allerdings sagen, bevor wir mit dem Freeman reden, gucken wir uns den erst mal noch an. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Okay, was ist das für ein Lieblingsbuch? Das werden wir vielleicht nächste Folge erfahren. Erwarten natürlich auch. Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao!